Hallo, ich bin der Engel. Ich habe als Verpacker- und Prüfer im Spritzguss-Bereich Produktion angefangen. Danach habe ich mich weitergebildet in die Qualitätssicherung. Mittlerweile habe ich in der Qualitätssicherung die Messtechnik über und bin für die Kontrollen der Medizinprodukte verantwortlich. Der war sehr interessant, natürlich neu für mich gewesen, aber ich habe eine starke Unterstützung von der Firma bekommen, damit ich mich reinarbeiten kann. So war es eigentlich sehr einfach für mich danach. Man muss sehr genau und hochpräzise arbeiten. Ganz wichtig ist, man muss nach Prüfanweisungen arbeiten, also Regeln und Richtlinien einhalten. Also ich werde mich jetzt für die Schichtübergabe vorbereiten. Die Nachfolgeschicht ist dann in 10 Minuten da. Wir werden die aktuellen Qualitätsthemen noch besprechen und danach werde ich zu meinen Kindern heimfahren. Wir produzieren spezielle Medizinprodukte. Die Mehreren kennen das aus dem Krankenhaus bzw. vom Hausarzt. Produziert werden die Teile aber beim Kreinerbayer Warn in Rheimbach.